Hallo und herzlich willkommen bei MusicStoreTV. Ich bin Fabian, heute habe ich euch eine Gitarre mitgebracht von der Firma Seagal, über die ich euch gerne was erzählen möchte. Seagal ist ein Produkt aus dem Hause Godin. Robert Godin hat in den 80er Jahren eine Gitarrenfirma gegründet, die mittlerweile weltweit bekannt und populär geworden ist. Seagal-Gitarren werden hauptsächlich aus einheimischen Hölzern gebaut, was natürlich sehr gut für die Umwelt ist. Dadurch, dass halt nicht irgendwelche Tropenhölzer abgeerntet werden müssen und trotzdem hundertprozentige Klangerfolge erzielt werden. Mehrheitlich werden Fichte, Seder, Wildkirsche und Ahorn für den Gitarrenbau verwendet, da diese in Kanada sehr häufig vorkommen. Die tolle Qualität des Produkts hat einen Grund. Alle Gitarren von Seagal werden mit Liebe handwerklich hergestellt. Diese Gitarre heißt Seagal S6 Spruce. Wie der Name verrät, hat die Gitarre eine massive Fichtenholzdecke. Boden und Zargen sind aus Wildkirsche und ein Ahornhals rundet dieses Produkt zu einem sehr guten Instrument ab. Eine Sattelbreite von 43,69 Millimeter und ein großzügiges Griffbrett aus Palisander sorgen für einen unglaublich guten Spielkomfort. Außerdem besteht natürlich auch noch die Möglichkeit, die Gitarre an einen Verstärker anzuschließen. Das gut ausgetüftete Q1-System von Godin bietet einen sehr natürlichen und druckvollen Klang auch auf der Bühne. Wenn ich mit dieser Gitarre euer Interesse an der Firma Seagal geweckt habe und ihr die Gitarre gerne mal testen kommen wollt, seid ihr herzlich willkommen, mich im MusicStore zu besuchen. Bis bald bei MusicStore TV. Bis bald bei MusicStore TV. Bis bald bei MusicStore TV.